We call some of the bridges in our city are very low and sometimes trees might reach with a bus, so please keep your seats on the upper-decker hall bus while we are driving for the sake of your own health and your own hand. We begin with Hamburg Kunsthalle. This is a three-teiniger Gebäudekomplex. The Kunsthalle besitzt unter anderem the one of the best example of the painting of the 19th century. We're in Hamburg. Yes. Coolstool in Hamburg in Germany. This museum holds a collection of 19th century paintings. In addition, it presents Codemasters as well as alternating green trees that are from 1960 upwards. One of the pieces said, we'd like to add a 12th century blockbuster, as difficult as possible. It's a big show with the blue-flat. The green tree here, very low. The view center, you can take it. Make sure you go to the area, there's a big city area with a big set, i'm thinking, Die Straße, auf der wir uns gerade bewegen, die verläuft exakt aus dem Gebiet des ehemaligen Hamburger Stadtreins, der Anfang des 17. Jahrhunderts nach Pläne des niederländischen Festungsbaumeisters Johan von Zeitenburg errichtet worden war. Links von uns liegt das alte, das ursprüngliche Hamburg und rechts das ehemalige Hamburger Vorland, in das wir gleich als nächstes hineinfahren werden. Über viele Jahrzehnte erwies sich unser Stadtteil als äußerst effektiv. Seine Segen blieb Hamburg beispielsweise von den Dürren des 30-Jährigen Krieges vollständig verschont. Und als der Stadtteil dann aber zunehmend dem weiteren Wachstum Hamburgs zum Hindernis wurde, trug man ihn im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wieder ab und satte sich in der Grünanlagen um. Teile der Grünanlagen, die wir alle erhalten, die wir in der Spiegel noch zu sehen haben, haben alle bei diesen Worten mittlerweile gebaut, mit über die Aufbauung und der...